hallo leute heute kann ich mal wieder ein paar videos drehen dieses erste wird ein let's play quiz duel wer schrieb den vatikan trainer assassini was bedeutet es jemanden durchzuhecheln von wem stammt eine tetralogie die unter dem namen neapolitanische saga bekannt ist wie heißt die hauptstadt des deutschen bundeslandes hessen in welchem deutschen gebirge findet man das plateau hexentanzplatz welcher staat hat in seiner flagge ein maschinengewehr welches elementsymbol hat osmium im periodensystem wie lautet eine andere bezeichnung für kinetische energie welches gas ist kein edel gas was trifft auf zooplankton zu welches der folgenden tiere gehört nicht zum veralteten ausdruck die großen fünf der die meistgejagten tiere afrikas beschrieb welches der folgenden tiere gehört zu den schlangen so und das war's jetzt mal vorerst bis bald ciao leute hier Vielen Dank.